Dieb-Silber-Rompholition-Speo-Soft-Equivote-Studio. Und damit seit gegrüßten Nimmzwerge, Gnome, Hobbits und Eggladon zu einem neuen Netztest auf meinem Kanal, das den Demordi sehr freuen wird, der trennt mich schon seit gefühlt Jahren dazu, dieses Spiel mal zu spielen. Ganz kostenlos auf Epic Games, deswegen habe ich es mir mal geholt und spiele ich das mal für den neuen Modi. Wir spielen Saints Row The Third Remastered, der dritte Saints Row Teil, der Modi schwärmt den höchsten Tönen davon. Ja gut, dann werde ich es mir mal geben, schauen wir mal, was es da so gibt, Kampagne, schauen wir mal dort rein vielleicht, Option habe ich schon angepasst, müsste alles klappen, also würde man sagen, legen wir los, Kampagne vielleicht, weiß ich nicht, ja, das Spiel, ich kenne es noch gar nicht auf, geht es, einfach natürlich, es ist ja, tritt andere gerne in deinem eigenen Tempo in den Hintern, mir gefällt es die Art und Weise, wie das Spiel eigentlich gespielt werden soll, wie ist die Gefahr, ein Spiel einfach, das sehe ich als Anfänger, das erste Mal spielen, und stelle die Helligkeit so ein, dass die Form kaum zu sehen ist. Ja, so 40. Ok, let's go. Rennspiel, versuchen wir es mal. Tadam. Eroberung. Star Wars Anspielung. Star Wars Intro. Die Geschichte der Menschheit. Seit, seit undenklichen Zeiten sind große Führer aus ihrem bescheidenden Anfänger auferstehen und sag was. Und genau so war das auch mit den Töts, äh, seit Eroberungsstil, und das hat sich die einst kleine Straßbande, sein Medi-Imperium, ein Saints-Film, in der hat seinen Plan Germany Gate und, äh, und so weiter. Scheiß auf Pierce. Inzwischen bewegen sich die Saints auf einer großen Bühne und jede, wenn nur Organisation wir ihre, es war somit eine Frage, eine Zeit, bis sich ein, äh, Saints, äh, um die Saints vornehmen würde. Tadam. 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 Es gibt bestimmt einen Strike auf YouTube, einen Strike nicht, aber einen Claim. Schlägerei. Es ist Softdrink, Mann. Superpower Softdrink. Achteliert. Kalifornien verboten. Das ist mein Gott. Du bist eine Bank, die sich wie dich. Ja, ja. Wer will nicht Johnny sein? Ultra-Post-Modernismus. Ich liebe ihn. Ich bin cool mit dem Saints-Movie. Aber müssen wir wirklich diesen Mann-Aktar umdrehen? Ich kann Josh ein bisschen slacken. Er ist nur recherchiert sein Teil. Ich hoffe, er hat den Weiber. Und über das Spiel selbst. Oh fuck. Oh fuck. Oh, das ist anders. Du hast einen Plan und wir schießen alle diese Mann-Aktar. Das ist mein Plan. Das funktioniert für mich. Äh, ja. Ach, scheiße. Ähm. Ich wollte noch mal kurz... Können wir vielleicht... Sprache... ... 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 Was ist passiert, wenn ich die letzte Schieße schieße? Alles klar Leute, lass uns den Ball finden! Hallöchen Warte, jemand muss... Warte, jemand ist der Schieße. Wir haben hinten geguckt. Wir sind nach vorne, drauf. Ein paar Unschuldige hier schießen. Zivilen Opfer. Ja, hier ist jeder potenzieller Feind. Bin ich böse, wenn ich die erschieße? Wir haben keine Waffen, oder? Ja gut, dann sollte ich vielleicht... Wir sind Gangster und wir sind Gangster hier. Äh, ja. Feiert die Feuer. Oh, ja. Ich habe nur ungefähr 10... Zivilisten auf dem Weg umgebracht. Ach, was soll das? Ja. Ja. Josh, komm hier. Ich habe die Werkzeuge hier, Holmes. Also, äh, was ist Plan B? Hä? Drillen sie? Fuck, nein. Wir werden sie zerbauen. Was? Nicht cool, Mann! Zeit, um zu arbeiten. Ähm. Ich denke, das wird es nicht bringen. Ein Versuch was wert. Äh, wie soll ich das tun? Was soll ich nur machen? Irgendwo, oder? Nein, laufe ich wieder zurück. Was soll ich tun? Jetzt entferne ich mich vom Ziel. Achso, geh hoch. Geh die Treppe hoch. Ähm. Josh Burke. Ich habe gerade noch ein Autogramm gegeben. Willst du, äh, Ihn, äh... Ihn, äh... Äh... Äh, nein. Das ist alles klar. Ja, lass mich wissen. Buy Nightblade auf DVD. Äh, ja, das Autogramm hat nicht lange gehalten. Ja, so viel dazu. Ich bin böse. Ich sehe schon sehr viel Hass unter diesem Video. Verdammt. Den... Den... Den hinten mal ausschießen müssen. Zum nächsten Waffe. Zum nächsten Waffe. Okay, verteidige dich. Das ist hell. Ich sehe nichts. Ich habe keine Waffe. Okay, oder so. Quicktime. Wutten Events. Faustkampf. Ich habe keine Ahnung wie ich die Waffe wechsle. Faustkampf. Ja. Äh, ja. Ich gehe mal hier raus. Ich bin getroffen. Shit würde ich nicht safen. Ähm, zack, zack, zack. Ich pflastere den Boden. Die Polizisten. Falky Attack. Ja, wie soll ich das mit der Faust anlegen? Schießt den Hubschrauber ab. Äh, ja. Inventar. Inventar. Na toll. Ähm. Ich habe keine Waffe. Ach so. Das ist meine Waffe. Ich habe gerade mit der Pistole den Hubschrauber abgeschossen. In die Hand und zu. Den Tresor anheben. Ah ja. Wir haben unendlich Munition oder was? Das ist gut. Ich habe das mit dem Motivation. Ich habe das mit dem Motivation. Das ist gut. Scheiße. Nein, das ist gut. Das ist gut. Nice. Das ist gut. Das ist gut. So macht man das. Quellen die Mengen erhalten. Nicht gut. Wie viel Arm ist auf dem verdammten Ding? Einfach wild rein. Hat bisher geklappt. An der Munition als nötig gewesen wäre. Ich verbrauche ungefähr 50 Munitionen für einen. Ich glaube ich bin schlecht. Oha. Oho. Ok wie es aussieht haben wir es geschafft. Oho. 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 Wir haben gute Überfälle schief laufen geschafft. Respekt eins. Ich habe gehört es gibt einen Charakter. Charaktergestalter. Charakter Editor hier. Ja genau. Ah ok. Ist das der schon hier? Charakter anpassen. Ja genau. Das wollen wir. Ähm. Ähm. Please read what's on the card. Ok. Sehr schön. Jetzt werde ich da. Da werde ich jetzt. 100 Stunden für brauchen. Männlich. Männlich. Weiblich. Warnung. Wenn du diese Vorenstellung auswählst gehen. Deine aktuellen Einstellung verloren. Ich bin sicher dass du das möchtest. Äh. Ich nehme doch lieber den männlichen. Etenische Zugehörigkeit. So viel später dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde. Und man einen neuen anstellen musste. Das genaueste was ich kriegen konnte. Hat ja nur Stunden gedauert. Das war schon. Oh lecker. Was das war für uns? Wir sind 총 eine B presents MDR. Qualität? Wir wurden um seine Brrrhe zu verleten. Wir waren. Wir sind richtig. Wir waren auch unsere dicks für pussies. Geräusche. Vierter shelves? Niemals? Seinster Name bedeutet etwas mehr als wohlfältige Body Spray und ein wirklichEST isch von Energieerden. Das sieht schrecklich aus, der Charakter. Es ist nicht so, dass wir eine Fantasyfigur machen. Irgendwas. Irgendwas verrücktes. Der Himmel über Steerbott. Aha, der Boss. Der Karte sieht scheiße aus. Ich erneut. Entweder ich muss noch länger in Endstellung verbringen oder ich mach mal irgendwas ganz frohes. Das ist französisch. Ich bin Belche. Also machen Sie einen waffel. Wir sind fertig. Und ich hatte so viel Hoffnung zu kommen, um eine Rational-Business Arrangement zu kommen. Ich bin auch noch der Boss. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich habe aber ohne Waffe hier. Ich habe aber ohne Waffe hier. Ich habe keine Waffen. Ja toll. Hallöchen, der mich eh nicht trifft. Aber zurück zu den Waffen. Ah ja, hier habe ich eine Waffe. Eine Pistole. Okay, nun. Kommen wir mit. Schauen Sie. Okay, ich habe meine Mention mehr. Das ist toll. Kann ich nachladen, irgendwie? Und die Waffe wieder wechseln. Die Störung ist mir noch nicht so wirklich. Okay, bitte. im Nachkampf immer sehr praktisch sehr gut erledigt Kopfschuss sehr schön Raus hier, wir haben hoffentlich Wir haben hoffentlich Felschermer Raus hier Oh Falschung aufspann Oha Falschung aufspann Was zum Teufel Zack und Müssen nach oben schießen Aha, woher? Von unten Ich sehe nicht, woher die Schüsse kommen Ich sehe nicht, woher die Schüsse kommen Ich bin der Die Hände Ich bin der Ich schieße auf Autos. Ich habe echt keinen Plan. Ich fühle sie in den fändlichen Verwirrung. Ich würde ihn mal sehen. Ist ein Auto. Ich kann nur hoffen, dass er mit einem... Ah ok, dass er mit einem Teil nicht verfliegt. Hier ist scheinbar keiner mehr. Ich kann nicht von Vollgas weg. Ach so, nach unten und nach unten. Ich kann hier theoretisch zielen. Ah, da sind die Leute. Jetzt habe ich endlich ein Loch. Ein Loch. Sehr schön. Mal schauen die. Ah, ich habe keine Munition mehr. Ah doch. Oh ha. Oh ha. Es ist Ashley. Ich werde nicht lieb. Für eine Minute? Ich habe nicht gedacht, du hätte es in Zeit gemacht. Das macht uns zwei. Du denkst, was das ist das? Was ist das? Was ist das? Du denkst, das plane ist jetzt für uns. So, nicht zufrieden. Wie du meinen, nicht zufrieden? Was du nicht zufrieden? Du hast ein Plan? Was ist das? 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 Okay. Äh, okay. Das war nicht so gedacht. Ich habe es jetzt fallen lassen. Na toll. Ich hoffe, wir sammeln sie wieder auf. Ich würde die Verfolger. Na, das ging schnell. Ich würde die durch die hier. Schauen die. Sehr schön. Äh, oh nein. Wenn die Ancients ausschalten. Schönen bisschen. Explosionen mit Autos erzeugen. Sehr schön. Du bist ein verdammter Arscher. Du bist ein verdammter Arscher. Ja, genau. Ich kann da nicht zufrieden. Oha. Ich bin mir am Ende zugerichtet. Ich bin mir am Ende zugerichtet. Und die Ancients sind nicht willkommen. Herr Killbane, gassere deine Luchadores und bringe mich ihren Liederns Kopf. Herr Miller, hack in die Ancients Accounts und lasse ihnen nichts. Ich bin frei wie ein Vogel geschafft. Äh, ja. Speck müssen uns noch arbeiten. Ich finde es, schauen die im Telefonmenü. Sandys hilft die Sandys beim Kämpfen, neuer Verbündeter, aha. Sehr schön, toll siehts hier aus, was solls für heute gewesen sein, für das letzte Test heute, ja, danke fürs Zuschauen, ja, vielleicht irgendwo mal auf Twitch in einem Streaming Projekt, aber für heute, Fortschritt 1%, sehr schön, für heute solls das für diesen Test gewesen sein, habt noch einen angenehmen für den Tag, haut rein, bis dann und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.